Frau Weidel letztens im Bundestag. Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Ich könnte mich jetzt eine halbe Stunde darüber aufregen, über was sie gesagt hat oder wie doof es war, was sie gesagt hat. Stattdessen mache ich einen Aufruf an euch, Schwestern. Mit oder ohne Kopftuch. Sendet uns ein Foto oder ein Video oder auch nur einen Text mit eurem Namen, wie alt ihr seid, wohin ihr geht, also ob ihr in die Schule geht, studieren geht oder arbeiten geht, beziehungsweise was euer Traumberuf ist. Ich glaube, das wäre die coolste Antwort auf die AfD und das würde ich dir richtig erinnern. Am besten benutzt ihr den Hashtag Ich bin mehr als ein Tuch auf Facebook oder Instagram. Also ich bin Isra, ich bin 14 Jahre alt, gehe auf ein Gymnasium in Köln und mein Traumberuf ist es, mal Ärzte zu werden. Folgt uns auch auf Instagram und Facebook. Wir heißen soziale Initiative, genau wie auf YouTube. und lasst uns ein tolles Kommentar da und aktiviert die Glocke.